Hallo Leute, wir sind zurück und jetzt geht es um einen möglichen Abgang nach Informationen. Der BILD verhandelt ein wichtiger Spieler mit dem FC Augsburg. Wollt ihr wissen, wer dieser Spieler ist? Dann abonniere erst einmal unseren Kanal, aktiviere die Benachrichtigungen und bleibe immer auf dem Laufenden, was die Fohlen angeht. Stefan Leiner war wohl mehr als nur ein Transferkandidat für den FC Augsburg. Einem Bericht der BILD zufolge laufen die Verhandlungen mit dem Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach. Nachdem Leiner zuletzt als einer von mehreren FCA-Kandidaten gehandelt wurde, scheint ein Transfer des Fohlenspielers nach Augsburg nun konkreter zu werden. In Gladbach wurde er von seinem Konkurrenten Joe Skelly überholt und dem Bericht zufolge steht der Amerikaner nun auch unter der Leitung des neuen Trainers Gerardo Seohane. Leiner hingegen hat eine Option auf einen baldigen Wechsel, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags. Die Verhandlungen zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach über Stefan Leiner werden immer intensiver. Der talentierte Rechtsverteidiger, der in der letzten Saison aus dem Team von Joe Skelly ausgeschlossen wurde, könnte bald eine neue Heimat in Augsburg finden. Die Fans sind gespannt und fragen sich, wie sich der mögliche Transfer auf die Mannschaft auswirken wird. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten könnte Leiner eine wertvolle Ergänzung für den FC Augsburg sein und eine wichtige Rolle auf dem Platz spielen. Während die Verhandlungen noch andauern, wird erwartet, dass die Zukunft von Stefan Leiner bald geklärt sein wird. Die Gerüchte um den Transfer von Stefan Leiner wecken gleichermaßen Vorfreude und Nervosität, denn die Entscheidung über seine sportliche Zukunft steht kurz bevor. Die Fans des FC Augsburg hoffen, dass der talentierte Innenverteidiger bald das Trikot seiner Mannschaft überstreifen und mit seinen Leistungen begeistern wird. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.